und wie liebe freunde herzlich willkommen zurück zu ein heute wieder dabei tristan 60 so ja das letzte mal waren wir in veteran also ihr habt keine folge verpasst wir haben hier versucht aufzunehmen bis hierhin hat aber nicht geklappt daher nehme ich jetzt auf und von der anmoderation her ihr könnt euch eigentlich immer darauf einstellen dass nur pecker und tristan dabei sind dann looten wir mal hier ich lasse die anderen kämpfen und lute so müssen selber hier müssen wir was nehmen strauchkürbis ja sieben stück vier habe ich da ihr könntet da schon mal gas geben ja ein kürbis muss man da immer an einem an einem anderen oder kann man da immer am gleichen der kürbis ist kein kürbis mal drin ja du hast ihn ausgehöhlt das reicht nur noch dazu für mich so mal den neuen dolch ausprobieren bald da der handlanger ist er voll schwierig zu man lange meine fresse oh lederhandschuhe 75 her damit oh hier soll ich vielleicht noch den kürbis nehmen so fünf von sieben haben wir oder hinten können wir looten ich bin so eine kleine loothure so ich habe sieben ich habe sechs von die sieben da musst du da hinten noch mal hin so guck mal da in die hütte da hinten da wirst man noch rein okay ja wo da die hütte am see ja das haus am see das haus am see ja wo denn ich hütte so ein haus da hinten wo denn wo denn wo denn wo denn wo denn wo denn hinten ach guck an wie schön ja sieht gemütlich aus oder ja auf jeden fall auch hier die aussicht meine fresse weil wurs farm hier sind alle arm so ich hole mir wieder den handlanger so das ist in fünf punkte so macht vielleicht ein bisschen mehr schaden mal gucken ach kann ich nicht in kampf pass mal auf handschuhe was für ein schwaches ding so magie wieder schaden also du hast gesagt gürtel sieht man nicht ne ja ja habe ich blabla ok ich glaube hier sieht gürtel oder das kann möglich sein ich glaube nicht nein gürtel sieht man nicht jetzt noch so ein stück papier drin was man anklicken kann ich bin hier an der tür kommen über den ja da muss ich noch mal durchführen lena handschuhe eine tür als bei dir nix da so da kommt schaut die war eben nicht da dann brauchte vielleicht kurze zeit um respawn halt so ja jetzt ist er ja wieder weg jetzt aber jetzt hat die auch noch handschuhe so dress me up was muss man hier drin der typ ist wieder da ist egal das ist kein gültiges ziel ich mache so scheiße wenig schaden so was muss ich hier den zettel mitnehmen genau das ist ein koch schade kann man jetzt nicht wegfliegen hier also hast du eigentlich einen waffenschein ja zwei ein fast und ein gar nicht weißt du ich berühre dich mal ist schon tot meine fähigkeiten keine ahnung entweder mal etwas falsch ich habe einfach noch nicht die geilen aktion hier ja das kommt alles noch hier war es nicht ne wir müssen ach wir müssen ja zum dorf ne ne das ist die sammelquest hier wir müssen ja zum dorf zurück ne zum dorf jo ja boah meine stimme bitte ich mal kurz zu entschuldigen meine fresse ja ja falls ihr noch ideen zum spiel habt irgendwelche tricks schreibt sie in die kommentare wir sind immer froh wenn ihr uns da so community mäßig unterstützt ja wenn euch was einfällt in die kommentare damit aber was ist das für ein Viech scharf klauen kragen echse snoop talk ist auch schon wieder unterwegs ouch ja das war snoop talk kennst du snoop talk oh mein gott genau snoop streifen talk so jetzt können wir ja mal alles in die anderen gestohlener schmuck alter wer stimmt nicht hier oder war das ja ne war das die nicht oder äh präzision präzision auf jeden fall lebt lebt wohl boah ihr kommt gerade recht korunz ne ich ich nehm den türkischen rein ist das magie widerstand magie widerstand mp tp ja mp ja damit davor ist letto video hab ich bei dem schon was angenommen oh ja kurz ruhe die kragenechsen die ihr jagen sollt sind schnell stark äußerst wild und tödlich wow alter best gesehenes video seit 2015 ja also wirklich großes großes äh großer äh äh respekt an die macher dieses kleinen filmes das muss ein oscar geben so war das war das eigentlich ein ausschnitt von jurassic park das war ein ausschnitt von jurassic park den muss ich mir nochmal angucken so ruhe kurz die kragenechsen die ihr jagen sollt sind schnell stark äußerst wild und tödlich geh auf dein zimmer so ich hab da nicht auf äh gespräch beendet geklickt ja deswegen muss ich mir nochmal angucken aber für so einen preisgekrönten clip mag ich das natürlich gerne so ja wenn du meinst ja auf jeden fall so wo gebe ich denn die kürmische äh zu iradis alter meine stimme gerade moment kurz was trink alter was ist mit dem los zu viel gekifft oder wie ja jawohl wie man im trinkt mit alle oder was boah meine fresse so jetzt soll es wieder gehen Ah, hier ist das Der Koch Was mit der Kohle, Junge? Ja, was mit der Koch? Äh Wollen wir die Ernte auch wieder annehmen? Ernte? Ja Die Janu-Ernte Was für eine Ernte? Kein Plan, irgendwas wieder sammeln Du meinst die Ernährung? Mhm Oder was meinst du? Ja genau, hinaus Ernährung Nee, ich würde nur noch das Rezept machen Alles abgeben, ne? Wunderbar Nee, ich würde nicht, oder? Glaube auch nicht Lass uns weit den auf die Kampagne konzentrieren Ja, also ich habe hier, glaube ich, alles angenommen Bis jetzt auf den da unten bei der Brücke Und dann den rosa-roten da Nebris Und oh, da oben leuchtet noch was Ja komm, mach die Flügel auf, Mädchen Ja, hat jetzt sehr, sehr viel gebracht Oh, verschnauze Wo leuchtet was? Achso, aha Ja, ich bin vorhin gerade 15 geworden Wahrscheinlich Ach hier Ich bin erst 14, Alter Ich bin jetzt gerade 15 geworden Weil ich da bei dem Koch den Quest abgesehen habe Darum habe ich jetzt Also Ich mach mal kurz das Quest-Fenster auf Wo ist Poppy, können wir noch nicht Gestollener Schmuck können wir auch noch nicht Wieso können wir das nicht? Doch Okay Dekorative Waffen Warte mal, Poeta mach mal zu Ähm Dingens Kampagne ist ja ab 14 Also ich würde sagen, wir machen das im Wald schon mal Ja, Besorgnis im Tobaswald Ähm Was für ein Ding? Die Besorgnis im Tollbaswald Den Film, den du dreimal angeguckt hast Ja Ja Da sollen wir ein bisschen aufräumen Ähm Moment mal kurz Moment mal kurz Genau Kampagne Alles vernichten da Ähm Meine Frisse Widerlich, du Sau Wollen wir uns hier binden Oder wollen wir nicht hier binden? Ich bin nicht hier Ja, komm Aber äh Komm, wir binden Bounty an Oh ja Und dann spielt mit mir Nee, dann gehen wir zu zweit weiter questen Arsch So Wenn ihr Level 60 seid Kommt ihr mich wiederholen Genau Komm, wir gehen jetzt im Wald Und verdurstet Dann schneiden wir nicht los Arsch Jetzt Tauben schießen Ja Moorhut Griechen Streifen Snoop Dog Äh Echse Boot 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 Nein, nicht jetzt Peter spielen Oh, wo ist Peter denn eigentlich? Hier vorne Wo seid ihr denn? Wir gehen In den Wald gelaufen Wir gehen in den Wald Ihr seid schon vorgelaufen Ich hab schon eine Echse getötet Achso, wir haben eine abgewählt Auch noch nicht im Weg, ne? Alter Wie lange brauche ich denn für so ein Willst du mich verarschen? Achso Äh, eher das hier Also ich brauche extrem lange Um so ein Tier wegzuknallen Kann ja wohl nicht angehen, oder? Ja, das liegt wahrscheinlich nur daran Dass du scheiße bist Nee, das kommt schon noch Ja, danke für dein Selbstvertrauen Oder wie man das nennt Für, für deinen Alter, was ist das für eine hässliche Spinne? Ja, guck mal, einer war schon hier, oder? Ich sehe nur tote Äxten Ja Auf, auf, Freunde Lass uns mal alle einladen Ich glaub, da hinten Da hinten leben noch ein paar Äh, oh Oh Das ist die Die Chefin hier quasi aus dem Ring Ja, ist auch egal Das nehmen wir grad mal zuerst Ja, auf jeden Fall Du miese kleine Bure Komm her Ja, so geht das Ja, und wieder mal kein Loot für mich Von der Chefin So, welche nehmen wir als nächstes? Ihr habt ein ungültiges Ziel Also Wie sich da sein Arm auflädt Ja Und auf einmal gibt's ne Faust Dann wird die Faust größer Jawohl Zwei von 570.000 Schon wieder kein Loot für mich Was denn das denn, ey? Moment noch Oh, da hinter uns hat's auch noch einer Oh, was das, was das Da 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 Okay Oh Leder, äh, Schulterschutz Da wirflig Und es ist noch ne Platte drin Für euch Wir brauchen keine Platte Ne, Platte brauchen wir nicht Aber ich hab hier noch nen Gürtel Und der hat, äh Magisch Präzision noch mit drauf Das nehm ich doch grad mal Was, Scherpe, willst du? Ja, ihr habt keine magisch Präzision Gut, dann pass ich Äh, hat denn jetzt jemand bei Leder noch gewürfelt? Nö Weiß ich nicht Warte, hätte ich nicht drauf geachtet Ja, Plattenbein Aber steht unten nix drin Man, er hat aufgehört zu würfeln Ne, du hast den höheren Werk gewürfelt Aha, er hat jetzt mein Gürtel wahrscheinlich Nö, 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 nö Nö, nö Bei Gürtel hab ich gepasst Ja, ja, aber Pega Ich hab kein Gürtel im Inventar Der ist jetzt halt egal Habe ich ein Gürtel im Inventar, warte Stimmt Ja, hoppala Ja, dann fahrs Pech Weißt du, in der letzten Aufnahme Season Äh, hat es überhaupt halb Wo seid ihr hin? Oh mein Gott Hier oben Ich kann nix aufnehmen, du? Ne Super, da ist für Pega Pega Tür an Yo Pega Oder von ist mein Hier oben auch Ja, ja, das ist meiner Mein, 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 mein Looten, Looten, Looten Ich liebe Looten So Fallen wir mal so Oh, Mann, ein schönes Rohleder Oh, da hinten ist die, die, die Tult Ja Ja, die Tulpenfrau, aber die brauchen wir ja nicht Ja, aber ich will Noch was mal looten Ja, hat ja nix drin Ah, naja Wäre schön, wenn irgendwas drin wäre Ja, wir können es ja ausprobieren Ja, ihr braucht freie Sicht, echt Äh, schon wieder nicht Ich kann looten Mal gar nichts, aber rein gar nichts, Alter Und für das habe ich ja Energie verschwendet So, was das für eine Früge da, das, wo da oben runterläuft Ja, hier ist ein Typ Ja, guck mal Kann man da was annehmen? Ja, Giftbroben Oh Wohooo! Bis zum nächsten Mal.